Also das ist die Kita Stockrein und das Trauerspiel ist der Kinderspielplatz. Der Pilz ist so alt wie meine Oma. Wir Eltern haben dann alle zusammen beschlossen, dass es mit einer neuen Schaukel alleine nicht getan ist. Bei Tom haben wir uns erstmal eingedeckt. Wir brauchen 1273 Schrauben. Wenn man selbst nicht macht, macht es keiner. Links, da ist doch links, links, ne das ist doch links, links ist da, wo der Daumen rechts ist, links. Es war dann schon lang und hier war es zu krass. Dafür, dass wir kaum Handwerker sind, ist es wirklich klasse geworden. Das haben die Eltern ganz schön gut gemacht. Tom, Respekt, wer es selber macht. getracht.